Er ist da, Freunde, bei Paris Saint-Germain, auf der ZOM-Position. Ihr merkt es. Perfektig. So. 22.25 Uhr, die Nachbarin ist da. Ich bin auch da. Ich werde meinen Ton ein bisschen runterstellen, Freunde. Ihr merkt es hier. Hier, ihr merkt es, das O rückt auch immer weiter nach rechts. Hat keinen Bock auf das I, Max. Du weißt nicht, wovon ich rede. Ist mir egal. oh, haược. oh, ist I, Max, an der sich. stark THEY!!!! THEY ovat Nein, Peter! Scheiße! Nein! 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 Oh, dieses Spiel ist so kacke, ne? Es ist so schlecht! Guckt es euch an! Oh man! Oh, warum läuft er nicht durch? Hä? Leute, Ronaldo! Ronaldo hat eine Schwalbe versucht! Ronaldo hat eine Schwalbe versucht! Hä? Der wäre locker durchgekommen! Oh! Wehe! Nein! Hallo! Nein! Nein! Oh nein! Oh nein! Hilfe! Oh nein! Schieß doch! Oh nein! Oh nein! Warte jetzt nicht so schnell! Ja, du bist immer so schnell! Warte da! Gönn den dicken R9! 99er Pelé, Freunde! Da sind wir doch! Max, Junge! Fettes, fettes GG! Ich spiele gegen einen einzelnen Gegner! Ich spiele gegen einen einzelnen Gegner und dann kommt diese Meldung nachdem er gequittet ist! Okay, wir setzen uns jetzt die offizielle Ziele für FIFA 22! Erstes Ziel! Keine Controller zerstören! Ja, und mittlerweile war das Scheißegal! Komm, aus! Kleines Drecksgänger! Ja! Erster Controller wurde vernichtet, Freunde! Wir erzählen weiter! Komm! Weitere Ziele! Zweites Ziel! Kein einziger Ragequid unter... Ne, gar keinen! Gar keinen Ragequid! Kein Ragequid! Nicht einen einzigen! Hallo! Hilfe! Auf Gottes Willen! Und raus! Hat keiner gesehen! Oh mein Gott! Nooo! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Ich bin kein Ragequid! Ich bin kein Ragequid! Ich bin kein Ragequid! Ich bin kein Ragequid! Digga! Was machst du? Volkan! Bro! Was machst du denn gerade? Kannst du bitte Ragequid spielen? Ja! Nein! Nein! Gucken wir da mal rein! Griechenland! Äh! Griechenland! Oh mein Gott! Was für Griechenland! Aber das ist auch nur 92! Ähm... Ja... Äh... Schwierig! Komm! Pass it! Pass it! Oh! Ich könnte wieder den neuen Kontroll in meinen Kopf... Ich drück sogar X, man! Ich hasse es so, dass wenn du den Ball nimmst und du passt es einfach nicht! Pass the fucking... Fuck the ball! Du fucking... Ey! Du spielst so ein Bastard-Spiel, man! Junge, ich spielst so FIFA 2, dass ich keinen neuen Sören... Fick dich deinen Arsch doch hier, ey, man! Pass the fucking ball, man! Keine Abseits! Sehr wichtig! Der hat mich umgebracht! Er wollte nur mich umbringen! Das hättest du sehen müssen! Er ist auf Neuer hingelaufen! Hat ihn umgegrätscht! Und kriegt nix! Ja! Genau! Oh... Schieber... Der hat viel passendes Video! Er hat früher kleines Erachter! Schieber! Oooo... oh mein gott was redest du mein gott was ist mir scheißegal ob wir den 24 august haben freunde das ist die beste karte im gesamten spiel bist du deppert der ist echt nicht so bad ne bitte kein f bitte kein f oh mein gott was was war das denn das für ein bug was ist das ihr sports warum haben jetzt alle meine spieler die 99 wollen die mich verarschen oder was die laufen da nicht mit 99 verteidigern rum die 99 beweglichkeit haben versteht ihr habt ihr irgendwen zu boden fallen sehen oder zucken was will denn der von mir ich hab nee das ist kein ding das ist nur ding ich glaube das ist kein ding was soll ich gerade sagen ach genau das ist kein ding aber real zeug anders schlecht ich bin doch schlechter als der gegner was denn ich brauche keine zehn mal 85 plus packs die brauche ich nicht die brauche ich nicht ich habe gerade eine anfrage bekommen über meine instagram die ms wir sind derzeit auf der suche nach interessanten charakteren die zu unserer marke passen kannst du dir grundsätzlich eine kooperation vorstellen ist ja alles schöne und gut dann gehe ich auch dann gehe ich auf deren profil haben die solche models brudy guck dir meinen bizeps an wollen die mich mobben oder was ja so